Musik Musik Die Fanfahrt nach Schwarz ist eine alte Tradition von uns Anhänger von Art von die Teufel von Hart. Es ist immer ein bisschen lustig im Bus, man hat eine gute Unterhaltung und meistens, aber nur meistens, gewinnen wir auch in Schwarz. Und dann nachher geht es in das sogenannte Silberbergwerk, da gibt es die größte Pizza in ganz Tirol, ich weiß nicht, vielleicht von Österreich sogar. Und das lieben wir. Und dann kommen auch die Spieler zu uns und die Spieler sind sehr stolz auf unseren Fängel. Musik Bei die Roten Teufel, ja die Stimmung, was hier im Bus ist, vielleicht kann man es einmal vermitteln. Wir haben so eine super Stimmung im Bus. Musik 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 Das fällt auf, Jungs. Der letzte Pass fehlt. Der letzte Pass fehlt. Okay? Wenn wir so Druck machen, dann muss der Pass noch einig. Jetzt hören wir weiter. Und dann können wir richtig Druck machen. Okay? Ich muss sagen, wir sind dazugekommen und sind ganz gut aufgenommen worden für Gerallner, oder? Und gleich in die Gemeinschaft integriert worden. Und das ist toll, ja. Muss ich sagen. Ja.